Der RPG Maker. Was ist das eigentlich? Wenn ihr schon mal ein Let's Player auf diesem Kanal geguckt habt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich schon mal etwas von einem RPG Maker geschwafelt habe. Dazu gab es in der Vergangenheit einen richtig langen Blogpost, den sich keiner durchgelesen hat. Stattdessen also jetzt ein richtig langes Video, das keiner guckt. Kurz zusammengefasst, der RPG Maker ist eine Spiele-Engine. Das ist eine Software, um Videospiele zu erstellen. Das Besondere am RPG Maker ist aber, dass es auch unerfahrenen Entwicklern ohne Programmierkenntnisse erlaubt, damit Spiele zu bauen. Und zwar nach dem Baukasten-Prinzip, aber dazu später mehr. Seit den späten 80er Jahren nämlich veröffentlicht die japanische ASCII Corporation, später Enterbrain, eine Fülle an in Form und Funktionsumfang höchst unterschiedlichen Programmen. Angefangen mit dem Marmelin aus dem Jahre 1988, der damit genauso alt ist wie ich, bis zum aktuellen RPG Maker MV aus dem Jahre 2015, gab es Dutzende an unterschiedlichen Versionen dieser Software. Neben einer Version für so ziemlich jede Konsole, inklusive Gameboys und Smartphones, gab es auch beispielsweise welche, um taktische RPGs umzusetzen. Wie kam es also, dass es einer obskuren japanischen Software gelang, eine bis heute aktive Szene insbesondere im deutschsprachigen Raum aufzubauen? Und die Antwort darauf führt uns von Japan nach Russland. Es war nämlich ein russischer Programmierer unter dem Pseudonym Don Miguel, der den japanischen, und ich hoffe, ich spreche das richtig aus, RPG-Skuru-Nisenen vom japanischen ins Englische übersetzte und als RPG Maker 2000 kostenlos im Internet verbreitete. Denn auch im Jahre 2000 und in Zeiten von Einwähl-Modems oder ISDN ließ sich die knapp 20 MB große Datei noch ganz gut runterladen. Das Resultat, die Software verbreitete sich wie ein Lauffeuer. In Folge sprossen Ende 2000 auch eine Menge deutschsprachiger Communities aus dem Boden. Da sind insbesondere drei zu nennen, das RPG Atelier, das RPG Maker Quartier und RPG Architects aka RPG Maker 2000.de. Und dann fingen alle an, wie wild, Spiele zu entwickeln, unter anderem auch mein zwölfjähriges Ich. Und bitte fragt nicht nach, was dabei rauskommt, lasst es einfach sein, es ist zu eurem Besten. Und in dieser unscheinbaren Ecke des Internets tüftelte diese kleine, aber feine Community an ihren Spielen, tauschte sich aus bis zum August 2002. Dann packte nämlich eines der reichweitenstärksten Videospielmagazine der Zeit, die Bravo Screen Fun, mit einer sechsstelligen Auflage, die Vollversion von Vampire's Dawn auf eine ihrer Heft-CDs. Bald danach folgte die Computerbild-Spiele, ebenfalls glaube ich damals mit Vampire's Dawn, so richtig nachvollziehen kann ich das nicht mehr. Auf jeden Fall wurde die Community von neuen Entwicklern nahezu geflutet. Ja, man kann davon ausgehen, dass zur Spitzenzeit alleine im deutschsprachigen Raum eine fünfstellige Anzahl an Menschen mit dem RPG Maker arbeitete, oder zumindest Teil der Community war. Und jetzt die spannende Frage, was kann der RPG Maker eigentlich? Und das hängt maßgeblich von der verwendeten Edition ab. Die populärsten RPG Maker erinnern von der Gestaltung wie auch den technischen und grafischen Möglichkeiten in erster Linie an später Super Nintendo oder aber Playstation-Spiele, die auf Pixel-Grafik basieren. 3D wurde auf den für den PC verfügbaren RPG Maker meines Wissens nach noch nicht realisiert. Zumeist sind eine Reihe an Beispielgrafiken, Sounds und Musikstücke in das System integriert, das sogenannte Runtime Package. Das Ganze lässt sich aber nach Belieben erweitern, zumindest am PC und solange man sich an die Limitationen, zum Beispiel vom Dateiformat, hält. Einziges Problem, die Limitationen der Engine konnte man nicht oder nur sehr, sehr schwer umgehen. Der sehr populäre RPG Maker 2000 hatte zum Beispiel eine Auflösung von 320x240. Die konnte man nicht ändern. Das war schlicht nicht möglich. Glaub mir, als jemand, der insbesondere mit den frühen Versionen des RPG Makers gearbeitet hat, war es oft ein Kampf gegen die Software, denn die war so flexibel wie ein Knäckebrot. Das war einfach ein One-Trick-Pony. Konnte eine Sache, aber die konnte es gut. RPGs mit Pixel-Grafik. Diese starken Limitationen hinderten einige findige Entwickler aber nicht daran, auch mit dem RPG Maker und den sehr begrenzten technischen Möglichkeiten richtig abgefahrenen Scheiß zu programmieren. Es gab zum Beispiel Menschen, die haben das Standard-Kampfsystem, das fest in die Engine integriert ist, beim RPG Maker 2000 einfach kurzerhand durch ein eigenes ersetzt. Jump'n'Runs oder Action-Spiele wurden ebenfalls mit dem RPG Maker umgesetzt, auch wenn die Software dafür eigentlich nicht gedacht war. Bedenkt man, dass man erst ab dem RPG Maker XP aus dem Jahre 2005 eigenen Code in das Projekt einfügen konnte, ist das eine absolut beachtliche Leistung. Das größte Problem der Software war aber gleichzeitig auch das größte Feature. Durch die sehr starken Einschränkungen konnten auch sehr unerfahrene Game Designer in kurzer Zeit beeindruckende Ergebnisse erzielen. Ich öffne mal eben den RPG Maker 2000 und zeige euch, wie man from scratch relativ schnell einen einfachen Dialog mit einem NPC herstellt. So sieht die Oberfläche des RPG Maker aus. Wenn man ihn öffnet, durch einen Klick auf diesen Button, kann man ein neues Projekt anlegen. Super Test, Super Test, das ist auch ein fantastischer Name. Und ja, jetzt habe ich hier meine Karte, ich kann jetzt hier dieses Gras auswählen und mache mir jetzt einfach eine kleine Insel. Ah, guck mal, wie herzallerliebst die aussieht. Übertrieben gut. Jetzt gehe ich in den Event Editing Mode, setze die Startposition des Charakters. Ich bastel mir hier noch einen NPC hin. Ich nehme mal dieses Monster hier, das gefällt mir gut. Dann Insert, Show Text, Hallo YouTube, Mega, Apply. Ja, okay, geht auch. Dann sorge ich dafür, dass es im Fenster dargestellt wird, damit ihr auch was seht. Und dann kann ich das Spiel beginnen. New Game. Und dann ist mein Hauptcharakter hier, der Standardcharakter. Alex heißt der. Ich kann das ansprechen. Und dann Hallo YouTube. Ich habe einen Programmiererkumpel von mir mal gebeten, mir die Komponenten aufzulisten, die notwendig wären, damit man das mit einer eigenen Engine realisiert, was wir gerade gesehen haben. Ich kann mir das nicht merken, deswegen habe ich mir das aufgeschrieben. Und zwar ein Game Loop, eine Tile Engine, eine Sprite Sortierung, eine Kollisionsabfrage, ein Event Handling, ein Scripting System, ein Animationssystem, Input Handling und Font Rendering. Dann hat man das gleiche Ergebnis, wenn es denn kompiliert. Für jemanden wie mich, der bei jeder Zeile Code schreiend wegrennt, ist der RPG Maker da sicherlich die einfachere Variante. Jetzt drängt sich natürlich die Frage auf, wenn dieses Programm doch so populär ist, warum habe ich noch nie davon gehört? Warum habe ich noch nie von der RPG Maker Szene gehört? Ja, einerseits, damit ihr dieses fantastische YouTube Video gucken könnt, andererseits, weil es jemandem, der noch nie mit der Software gearbeitet hat, schwerfällt, RPG Maker Spiele als solche zu identifizieren. Es ist also durchaus möglich, dass du ein RPG Maker Spiel gespielt hast, ohne es zu wissen. Darunter sind sogar auch einige internationale und sogar kommerziell erfolgreiche Spiele, wie zum Beispiel To The Moon, Corpse Party, Aoni oder im deutschsprachigen Raum, insbesondere Vampires Dawn 1 und 2 und unterwegs in Düsterburg. Ein weiterer Grund darin liegt einfach daran, dass die meisten RPG Maker Spiele schlicht nicht fertig wurden. Die meisten Entwickler waren, wie ich, schlicht zu jung und unerfahren und haben den Aufwand eines solchen Spieleprojekts, trotz der Tatsache, dass der RPG Maker einiges vereinfacht, schlicht unterschätzt. Und so kam es, dass nur die wenigsten Spiele es zu einer Vollversion schafften und die meisten, auch ja, relativ vielversprechenden Projekte leider irgendwann abgebrochen wurden. Dazu kam, dass es auf der Höhephase der RPG Maker Szene aufgrund der rechtlichen Lage schlicht nicht möglich war, die Spiele zu verkaufen oder anderweitig zu monetarisieren. Und eine solche Spieleentwicklung, wenn man sie denn durchzieht, gerne mal einen Großteil der Freizeit in Anspruch nimmt, war es den meisten unterm Strich dann nachvollziehbarerweise einfach zu aufwendig mit zu wenig Ertrag. Es hat sich nicht rentiert. Viele vielversprechende Entwickler zog es dann relativ schnell raus aus der RPG Maker Szene und hin zum Mobile Gaming oder halt eben zu anderen kommerziell nutzbaren Toolkits oder sie schrieben einfach ihre eigene Engine. Einige Alumni der deutschsprachigen RPG Maker Szene entwickelten zum Beispiel das kommerzielle RPG Crosscode. Andere entwickelten Scaleboy. Aber was war denn das rechtliche Problem mit dem RPG Maker? Die Spiele, die man damit erschaffen hat, sind doch das eigene geistige Eigentum, oder etwa nicht? Schon, aber oft alles andere nicht. Und das fängt schon mit der RPG Maker Software an sich an. Die englische Übersetzung des RPG Maker 2000 durch Don Miguel sowie der kostenlose Vertrieb über das Internet waren nämlich in keinster Weise autorisiert. Stellt euch das mal vor, dieser RPG Maker wurde zu Hunderttausenden heruntergeladen, teilweise bei ganz seriösen Downloadportalen, teilweise auf Heft-CDs. Aber ja, es handelte sich dabei immer um eine illegale Raubkopie. Weil Raubkopien nicht immer illegal sind, es gibt auch legale Raubkopien. Ein weiteres rechtliches Problem war, dass sich die meisten Projekte an Ressourcen anderer kommerzieller Spiele bedienten. Grafiken, wie zum Beispiel Hintergründe oder Karten oder auch Musikstücke wurden dann aus Final Fantasy, Chrono Trigger oder Secret of Mana entnommen. Und das kann man drehen und wenden, wie man will. Das ist eine Urheberrechtsverletzung und damit illegal. Als ASCII die Ersteller des RPG Maker dann darauf aufmerksam wurden, welche Erfolgsstory diese illegale, weit verbreitete Fanübersetzung hatte, reagierten sie mit zwei Maßnahmen. Nummer 1, sie drohten rechtliche Schritte an gegen alle, die den RPG Maker kostenlos anboten. Soweit so fair. Dies führte dazu, dass Don Miguel's englische Version des RPG Makers über Nacht von allen seriösen Downloadportalen verschwand und sich fortan nur noch im Bereich Wares oder Online Piracy befand, wo sie fairerweise auch immer schon hingehörte. Mir ist zwar nicht bekannt, dass jemand aus der deutschsprachigen RPG Maker Szene mal verklagt oder abgemahnt wurde, aber letzten Endes hat das der Szene gehörigen Dämpfer verpasst. Man hatte dadurch immer das Stigma des Illegalen. Die zweite Maßnahme von ASCII war, dass sie angekündigt haben, künftige Versionen des RPG Makers auch in englischer Sprache anzubieten. Da frage ich mich, warum sie auf die glorreiche Idee nicht viel früher gekommen sind, denn scheinbar war der Markt für einen englischsprachigen RPG Maker ja da. Das hat auf jeden Fall bis heute Bestand und seitdem releasen sie auch immer brav eine englischsprachige Version aller Hauptversionen des RPG Maker. Jetzt die Frage, gibt es die RPG Maker Szene noch? Und die Antwort ist ja und nein. Es gibt immer noch Menschen, die mit einer der zahlreichen Softwares arbeiten, Spiele erstellen, sich austauschen, ihre Spiele vorstellen. Das gibt's alles noch. Auch zwei der drei größten deutschsprachigen RPG Maker Portale sind immer noch online und zwar das RPG Atelier und das RPG Maker Quartier, auch wenn die Besucherzahlen stetig schrumpfen. Denn ja, zumindest im deutschsprachigen Raum hat die Community leider längst ihren Zenit überschritten und auch das hat mehrere Gründe. Zunächst worte viel des Charmes der Software auf der freien Verfügbarkeit auf. Nicht nur des RPG Makers an sich, sondern auch der Assets, also der Grafiken, Sounds, Musikstücke. So was wurde frei getauscht, gehandelt. Es war quasi ein Kommunismus. Und jeder, der wollte, konnte sich das Programm runterladen und mit ein paar Tutorials und einer relativ flachen Lernkurve sofort starten. Und wenn man doch mal Fragen hatte oder das eigene Projekt vorstellen oder sich konstruktive Kritik einholen wollte, gab es eine starke Community, die sehr eng vernetzt war. Diese Community ist stark geschrumpft und das liegt auch daran, dass viele der Stars der Szene entweder sich vom RPG Maker emanzipiert haben oder die Spieleentwicklung einfach ganz an den Nagel gehängt haben. Andererseits hat sich auch die Spielewelt seitdem drastisch verändert. Online-Vertriebsplattformen wie Steam, Origin, der Xbox, Playstation oder Nintendo Store haben die Zugangswege zu Low-Price oder Indie-Titeln stark vereinfacht. Spiele mit Retro-Ästhetik sind insbesondere im Indie-Sektor auch heutzutage noch sehr populär und da können die meisten RPG Maker-Spiele, wenn auch liebevoll entwickelt, einfach nicht mithalten. Warum dann aber trotzdem auf diesem Kanal RPG Maker-Spiele Let's Playen? Das hat im Wesentlichen drei Gründe. Einerseits als Hommage an die RPG Maker-Szene, in der ich fünf gute Jahre meines Lebens verbrachte und einige Freundschaften schloss, die bis heute Bestand haben. Zweitens, weil alle diese Spiele Unikate und echte Herzensangelegenheiten sind, die unter Aufopferung der Freizeit in mühevollster Kleinarbeit für die Community von Gamern für Gamer erschaffen wurden und das ganz ohne überhastete Deadlines oder irgendwelche kommerziellen Ambitionen. Drittens, weil viele der Projekte aufgrund der mangelnden Erfahrungen oder des geringen Alters der Entwickler oft auch eine humoristische Komponente haben und die bis zum Erbrechen auszureizen ist mein erklärtes Ziel. Ja, dann wisst ihr ja Bescheid. Ich hoffe, in diesem Video konnte ich euch ein bisschen den RPG Maker, aber auch die deutschsprachige RPG Maker Szene ein wenig näher bringen. Schreibt mir doch einfach in die Kommentare, was ihr darüber denkt, welche Berührungspunkte ihr mit dem RPG Maker, mit den Spielen insbesondere, aber auch mit der deutschsprachigen RPG Maker Szene hattet. Natürlich freue ich mich auch über ein Like oder ein Abonnement und wenn ihr Bock habt, checkt doch mal meine Let's Plays aus. Ich habe Vampire Storm Let's Played, ich habe Demon Legends, ein weiteres RPG Maker Spiel gespielt, aber auch Aurora's Tier demnächst nach diesem Video folgt, auch unterwegs in Düsterburg. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da einfach mal reinschaltet. Und ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.